Das ist eine gute Laune Nummer, das habe ich Ihnen schon sagen lassen. Du streist auch schon, du freust dich tierisch. Und hast auch noch mal eine kleine Überraschung für alle Ludwigshafener, die noch ein paar Tage Geduld haben müssen. Aber was können Sie denn noch machen, wenn Sie bei dir auf die Homepage raufgehen mit diesem Lied? Also in Kürze wird es eine... kann man den Song downloaden, kostenlos. Und das wird... Kostenlos downloaden. Also joel-schneider.com ist deine Internetadresse. Wie gesagt, da können die ein oder andere Lieben hier auch mal ankommen. Oder liest das die Mama auch dann? Nein, ich denke nicht. Ich denke nicht, ne? Joel Schneider jetzt mit What a Lovely Day! 1, 2, 1. 2, 3, 2, 1. Na, 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 na. No, I can't believe it's true. Auch da, na, 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 na na Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020